So, das waren Sie die Vorschläge für die Montagssendung. Jetzt brauchen Sie sich nur zu entscheiden, wen Sie gerne sehen möchten. Wir rufen an zum Ortstarif und wer die Mehrheit bekommt, den sehen Sie auch Montagabend bei 0137. Wenn Sie sich für Andrew Graham Ewell interessieren, der verbotene Autoren verlegt, wählen Sie 0137 011. Wenn Sie von Peter H. Jamin erfahren wollen, wie und warum so viele Menschen spurlos verschwinden, wählen Sie 0137 012. Und wenn Sie den patentierten Tierkrimierer Franz Kainzbauer sehen wollen, wählen Sie 0137 013. Im Anschluss an 0137 sehen Sie heute das Spiel Borussia Dortmund gegen Bayern München. 0137 Spezial kommt am Sonntag um 13 Uhr mit den Gästen der Woche. 0137 Live ist zurück am Montagabend um 19.30 Uhr. Vieler sehen Sie. 0137 Live ist erfolgreich am Montagabend um 19.30 Uhr. Vieler sehen Sie. Vielen Dank.